Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Lego Star Wars Die Skywalker Saga. Im heutigen Part werden wir laut unserer Informationen jetzt, was wir tun sollen, Count Dooku verfolgen und ich würde sagen, wir legen direkt los. Okay, wir spielen jetzt gerade mit Anakin und ja, mal schauen, was wir tun müssen. Also Geschichte fortsetzen auf jeden Fall. Ich nehme den Stub, wie immer. Wir sollen nämlich eigentlich gar nicht hier rein, so wie ich weiß. Ja, hier hoch, glaube ich, ja. Naja. Wie gelangen wir da hoch, Meister? In diesem Wrack gibt es sicher etwas, das wir nutzen können. Komm. Ja, das glaube ich auch. Schön euch lebendig zu sehen. Wir sind Dooku hierher gefolgt. Mussten ihr doch einen Volltreffer hinnehmen. Hat uns wie ein Sack korillanische Erdäpfel vom Himmel geholt. Nächstes Kanonboot hier wird wohl nicht mehr fliegen. Wenn ihr also einen Teil oder so braucht, bedient euch. So, und jetzt kann man nämlich das ganze Ding wieder irgendwie zusammenbauen, sodass wir es wieder brauchen können. Ah, also ein Sprungbrett-Dings. Halt, das will ich nicht. Unfertig. Weiter geht's. So. Aha, perfekt. Ich würde jetzt sagen, wir schlagen einfach mal alles zusammen. Das spielt keine Rolle. Solange wir Dooku erreichen, bevor er von diesem Planeten flieht. Dann die hier drauf. Das ist ja der Superfunktion. Wir müssen uns wahrscheinlich hier irgendwie eine Treppe nach oben bauen. Aber ich weiß noch nicht genau wo. Deswegen hier hoch. Da hoch. Das kann sein. Okay. Dann die nächste. Das wollte ich nicht. So. Dann nochmal eine. Und kann ich die auch noch drauf? Oder müsste... Das müsste vielleicht sogar schon reichen. Hoch. Ah ne, ich brauch schon noch eine drauf. So. Die noch. Aufpassen. So. Das müsste normalerweise reichen. Okay. So. Jetzt. Jetzt. Jetzt kommen erst mal noch ein paar Geonessianer. So, weiter. Wow, sind es viele. Weg mit euch, bam. So. Es sind immer noch ein paar. Weg mit dir. Ich habe es doch gesehen, da ist irgendwas drin. Ich lege das jetzt einfach mal wieder ab. So, schnell weg mit denen hier wieder. So, weiter geht's. Achso, da kommen so Dinger runter. Muss ich hier aufpassen. Hier ist so dunkel. Vielleicht kommen jetzt hier wieder irgendwie so Geonessianer oder so raus. Das kann ich nicht zerstören. Das sind doch die Geonessianer, wie ich gesagt habe. So, dann weg mit dir. Da unten sind auch noch welche bei Obi-Wan. Dann weg mit den Kisten. Oh, tut mir leid. Ihr seid es nur. Hier drinnen ist es sehr dunkel. Kann ich mit dir jetzt irgendwas machen? Ah, perfekt. So. Zeit für unseren großen Auftritt. Denk daran, bewahre einen kühlen Kopf. So. Da ist ja schon Count Doku. Willkommen, junger Jedi. Ich hoffe, dein Paderwan weiß sich zu benehmen. Wir greifen ihn gemeinsam an. Du näherst dich langsam von nix. Ich greife ihn jetzt ab. Nein, Edekon, nein! Das kann man ja schon alles. Okay, also Count Doku ist auch ein bisschen stark, finde ich. Jetzt kommt wieder seine Super-Attacke. Seine Ulti. Ich weiß es schon. Ha, ich wusste es. Nein, nein, nein. Nicht nochmal. So, bam, bam, bam. Nein. Achso, ich dachte, ich bin gar nicht mehr im Weg. Egal. Nein, 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 nein. Nicht rein. Ah. Ja, das hat ja super geklappt. So, back mit dem Gionosiano wieder. Hier unten bewirken wir nichts. Wir müssen ihn wieder auf unsere Ebene bringen. So. Nach links und wieder nach oben. Jetzt wieder nach rechts. Und wieder nach oben. Und dann wieder nach links. Und schon sind wir da. Das hätte ich doch wohl gern kaum so groß. Hm, weg mit dir jetzt. Schubt er mich wieder runter? So ein... So ein... Ihr habt euch zum letzten Mal in unsere Angelegenheiten eingewischt. Boah, das sieht ja cool aus. Oh mein Gott. Sogar dunkel. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo Kaundoku ist. Hier hinten. Das ist echt richtig cool gemacht beim Spiel. Bin ich das wieder? Achso, ich wusste gar nicht, dass ich das bin. Jetzt ist das Licht wieder an. Ich habe euch gewarnt, dass meine Fähigkeiten, die euren übersteigen. So. Komm, komm. Der ist so stark. Also ohne Witz. Nein, nein, nein. Ha. Ausgewichen. Ach, komm schon. Nicht gerade... Hm. Also man muss auch wirklich schnell sein. Nicht nochmal. So. Warum fliegt ihr vor uns, du Kuh? Habt ihr Angst? Hast du keine Kampfstrategie beigebracht? Ja, ja. Und weg. Weg mit den blöden Geonosianern. So. Ja, gut. Also das hat niemand gesehen, dass ich Anakin auch noch mit umgehauen habe. Das war jetzt... Das ist nie passiert, sag ich jetzt mal. So. So, und jetzt gibt ihr nochmal Ungezum, oder? Ich bin weg mit dem. So, Hedge wohl gern. Oh, das würde mir jetzt ihr sagen. Ich schwaben. Dann Hedge wohl gern. Ja, das hat wohl nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Count Doku. Junge sind es wie der Stats. Nicht nochmal. So. Und komm. Oh. Der Finger tut weh. Nein, nein, nein. Ah. Er hat mich schon wieder. Ey, also der Bosskampf ist wirklich nicht ohne. Nein. Meister Kenobi, ihr enttäuscht mich. Ah. Mächtig du geworden bist, Doku. Die dunkle Seite, ich in dir spüre. Da kommt schon meiste Yoda. Wir dürfen jetzt mit Yoda kämpfen, bitte. Ja, wir dürfen mit Yoda kämpfen. Nice. Ah. Also, ich verliere gefühlt eigentlich mit jedem Charakter, ob es Yoda, Anakin, Obi-Wan, egal wer er ist. Ich verliere trotzdem. Ah. So, hier oben nochmal. So, hoch. Wieder nach links. Wieder nach oben. Wieder nach links. Weg. Bam. Da links. Ich hab doch F gedrückt. Ah. Ah. Nicht nochmal. Nein, nein, nein. Ich sterb die ganze Zeit. Also, der... Ah. Ha. Die ist mal ausgeglichen. Ah. Jetzt kommen weg mit ihr, Volz. So, jetzt aber. Gut gekämpft, du hast, mein alter Padawan. Das ist erst der Anfang. So macht man das auch. Und tschüss. Hm. Hm. Ja, ich würde sagen, wenn wir richtig gekämpft hätten oder fair wären, würde mir sagen, ja, eigentlich hat Count Dooku so einigermaßen gegen uns gewonnen. Ich will nicht wissen, wie oft ich gestorben bin. Also, ja, kritisch. Willkommen zu Hause, Lord Tyrannus. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe gute Neuigkeiten, mein Lord. Der Krieg hat begonnen. Exzellent. Alles läuft genau nach Plan. Char-Char-Big-Bings wieder im Hintergrund. Also, dieser Typ ist echt. Char-Char-Big-Bings jetzt mit der Kamera. Dem hätte ich keine Kamera in die Hand gedrückt. Aber damit würde ich sagen, haben wir Episode 2, Angriff der Klonkrieger, abgeschlossen. Und ich will nicht wissen, keine Ahnung, wie viele neue Sachen freigeschaltet damit. Ja, ich würde sagen, es hat auf jeden Fall, wie immer, viel Spaß gemacht mit Episode 2. Und ja, ich würde sagen, ab dem nächsten Part machen wir weiter mit Episode 3, die Rache der Sith, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ihr habt jetzt noch einen schönen Tag. Lasst natürlich wie immer ein Abo oder ein Like da. Ihr könnt auch wie immer gerne die Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.